Pass weiter, Pass weiter, Entschuldigung von hinten. Nein, nein, wen von hinten? Ach so. Den Polizisten. Ja, dann pass auf, dann lass uns jetzt den Polizisten ficken. Das reißt mir jetzt. Los. Umzingeln. Los, schieß auf die Reifen, auf die Reifen, auf die Reifen. Los, auf die Reifen, auf die Reifen. Jetzt ficken wir die Army, jetzt ficken wir die Army. Los geht's, Digga. Jetzt ficken wir dieses Heiß-Army, Leute. Das ist ja viel zu schnell, ey. Ja, sag mal, das ist am Telefon. Warte, der eine klärt gerade, der mit dem Bugatti. Und jetzt? Immer weiter geradeaus, immer weiter geradeaus. Ja, aber die holen Verstärkung, oder? Ah, da vorne sind die, da sind die doch, oder? Bim. Wir lassen uns die Bullen auf jeden Fall ficken. Fick die Bullen jetzt, diese Heiß-Army, Leute. Die ficken wir jetzt, die kleinen Wichser. Fick die Army. Hälter und zweiter Verstärkung. Okay, lass uns um den hinteren kümmern. Den bleiben. Den bleiben. Mann, unter Beschuss, elf, neun. Fick die Wichser, fick die Wichser. Los, 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 wir ficken die jetzt. Mir sei es egal. Los geht's. Hakan. Die sind hier, die sind weg, die sind weg, die sind hier gefallen. Oh mein Gott. Ach was. Ich glaube, wir steigen aus und ziehen auf die. Die fahren weiter. Einer unserer Männer liegt. Okay, wir helfen denen, wir helfen denen. Ziehst auf die, ziehst auf die. Aussteigen und ziehen. Ja, komm, komm, komm. Aussteigen und ziehen. Aussteigen und ziehen. Los, 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 los. Los, töte die, töte die. Los, 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 los. Die haben niemals unendlich Munition. Lass die Munition festziehen. Sei geil, wir umlaufen die, wir umlaufen die. Ja, mach, umlaufen die, umlaufen die, umlaufen die. Ich sie es weiter, los. Kommt von hinten. Verstärkung, verstärkung. Okay, los. Einsteigen, abhauen, 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 abhauen. Oh, schützt, weg, 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 weg. Ist der Typ weggekommen? Hä? Aber sie fahren zurück. Panzer, hier ist ein Panzer. 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 Hier ist ein Panzer vor meinen Augen. Digga, hast du es gesehen, digga? Da war ein Panzer vor meinen Augen, digga. Da war ein Panzer. Wenn du Eier hast, fährst du es zurück. Digga, jetzt bin ich voll durch die ganze Masse gefahren. Wer hat das gesehen? Ich habe das gesehen, ich war hinter dir. Ja, ich dachte einer unserer Leute, wir hätten es zurückgelassen. Deswegen wolltest du nochmal nachhelfen, komm. Das ist einfach ein Panzer, ja. Digga, weil uns kann man jetzt anders aufhalten. So, es bin in Sicherheit. Wo bist du? Wo?